Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute zeige ich euch einen kleinen Ausschnitt von der Melanto Gallery 11. Die findet vom 13.07. bis einschließlich 16.07. statt, also bis diese Woche Sonntag. Und ja, was ich da gestern alles so gesehen habe, das zeige ich euch jetzt in dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Also ich muss sagen, mir hat es gestern richtig, richtig gut gefallen. Und was ich euch nicht vorenthalten wollte, ist einmal das hier, The Power of Water. Genau, das Heft, das gibt es am Infostand, also vorne, wenn man reinkommt, direkt hinterm Einlass. Und genau, da steht das Rahmenprogramm für Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag drin. Dann ist hier einmal drin geschrieben. Dann ist hier einmal drin geschrieben, was ist überhaupt die Melanto Gallery. Ja, genau. Ja, genau. Und noch ein paar andere wissenswerte Sachen könnt ihr euch auch da drin durchlesen. Und was mir besonders gut gefallen hat, das war eine Wand, da hing Tafeln Schokolade von Tonys. Ich hoffe, ich spreche das jetzt auch richtig aus. So sieht die Schokolade aus. Und man konnte ein Bild malen. Und dann konnte man sich eine Tafel Schokolade nehmen. Und dort, wo die Schokolade gehangen hat, konnte man dann sein Bild aufhängen. Genau. Also Bild gegen Schokolade, das fand ich eine echt coole Idee. Das haben meine Mutter und ich beide gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich werde die beiden Bilder einmal zeigen. Doch, das werdet ihr dann noch sehen. Okay. Genau. Also das Einzige, was mir halt nicht so gut gefallen hat, war der Einlass. Da finde ich es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Ja, das ist aber nicht böse gemeint. Aber sonst war alles sehr top organisiert auf jeden Fall. Und ja, das soll es dann auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Wenn ihr ab jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und bis dann. Tschüss. Bis dann. 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 Bis dann.